hey leute heute zeige ich euch mal wie ich kostenlos und ohne so ein ding zu benutzen wie ich alexa benutzen kann aber das ist noch nicht alles das stichwort gebe ich jetzt mal an meine mutter freust du dich schon auf deine lampe eine alexa lampe alexa wie ist das wetter ich bin mir nicht sicher wo du bist zum späteren nachschlagen kannst du deine adresse in den geräte einstellen für den moment des wetter an welchem ort alexa ruft den weihnachtsmann an der weihnachtsmann wird angerufen ernsthaft jetzt oha ich glaub's ja nicht was ist das denn ich bin ich bin ich habe einen kater ich habe einen kater katze ja was für tier hast du dich noch einmal wiederholen ich habe einen kater katze Ach, jetzt kann ich das verstehen, ja. All den Trant. Alles klar. Jetzt wissen wir Bescheid. Über Toni und den Weihnachtsmann. Ich glaub's nicht, dass ich das aufnehme. Alexa, mach das Licht im Flur an. Ich konnte keine Smart Home Geräte im Feeskonto finden. Gehe zum Smart Home Bereich in der Alexa App, um loszulegen. Siehste, das ist nämlich das, was ich gemeint hab. Da musst du mir erst die Glühbirne kaufen. Ich wollte doch nur zeigen, wie das dann halt ist. Achso, okay. Weil die Feli kriegt nämlich bald so eine Alexa Glühbirne und dann kannst du allein das Licht ein- und ausschalten. Und dazu gibt's dann auch nochmal ein Video. Das denke ich mir. Alexa, ich liebe dich. Nein, oder? Oh Gott. Stopp. Ich musste meiner Pizza, die verbrennt. Da bin ich mir leider nicht sicher. Ja. Alle. Okay. Wie. Ich rebe. Ich rebe. Mit. Vielen Dank.